Musik Die wohnen auch noch bei der Mama, ne? Wie du rumläufst, was ist das denn? Junge, das geht nicht. Du musst den Scheib gewichtig machen. So kann ich dich doch gar nicht gehen lassen. Und denk morgen dran, dass eine Tante Altspil mit der Kaffeetafel, ne? Damit du da ja pünktlich bist. Wie du hier rumläufst, du? Musik Musik Musik